Ihr habt mich gefragt, wie ich mein Tuch binde und ich dachte, ich zeige euch das mal. Das ist eine Bindemethode für ein festgewebtes Tragetuch. Ich muss dazu sagen, dass ich neu im Tragetuch-Game bin. Bei meinem ersten Kind habe ich nämlich nicht mit Tragetuch getragen, was ich im Nachhinein aber ein bisschen bereue, weil das Tragegefühl mit Tuch echt krass anders ist und viel besser. Ich hatte irgendwie Berührungsängste, weil ich dachte, es ist viel zu kompliziert, aber eigentlich ist es total einfach, wenn man sich einmal ein bisschen reingefuchst hat und es macht halt einfach wirklich einen Unterschied, was den Rücken angeht. Also ich habe die kleine Maus eigentlich den ganzen Tag in der Trage und bin auch viel unterwegs und trotzdem habe ich überhaupt gar keine Rückenschmerzen. Und auch das Baby sitzt viel besser im Tuch als in einer festen Trage. Je nachdem, wie lange das Tuch ist, kann man es entweder hinten oder vorne dann zusammenknoten und so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Wenn das Baby schläft, mache ich gerne noch dieses Teil vom Tuch über den Kopf.